Seid gegrüßt, vielleicht ein bisschen verspätet, aber ich wollte auch nochmal eine Guide für die dunkle Zitadelle machen, für alle, die sich noch nicht rein getraut haben. Es ist nicht wirklich schwierig, aber wenn man noch nicht weiß, was abgeht, dann wird auf jeden Fall das sehr chaotisch ablaufen beim ersten Mal, so war es zumindest bei mir, ich habe die jetzt zweimal gemacht. Und die Zitadelle gibt ja auch eine gute Belohnung, und zwar dieses coole Kosmetik hier. Und für alle, die sich wundern, warum sie das jetzt noch nicht bekommen haben, ich habe mich nämlich selber gewundert und das wird wohl so ablaufen. Es gibt jede Woche eine Quest für die dunkle Zitadelle, und die Quest gibt immer eine Belohnung. Und jetzt in der ersten Woche gab es da auch einen Mount, aber nicht das hier, aber auch die coolen Rüstungssets, die schon in dem Campfire-Stream mal gezeigt wurden, gibt es auch noch nicht. Und ich denke, dass jede Woche dann eine andere Belohnung am Start ist, wenn man die Zitadelle schafft. Und dieses Mount war eben jetzt auch noch nicht dabei, und es hat auch noch niemanden, den ich kenne. Das heißt, das wird vermutlich erst später noch kommen, dann als Belohnung. Und das stand auch so bei der Quest, dass man dann wohl noch Sachen freischaltet für die Community. Das ist alles noch ein bisschen unklar. Aber dieses Mount hier soll es eben in der Zitadelle geben. Im Campfire haben sie mal gemeint, dass das dann in Qual 4 rauskommt. Aber das kommt eben aus meiner Sicht nicht als Zufalls-Drop raus, weil es noch niemand bekommen hat, sondern das wird dann irgendwann so eine Quest-Reihe, die sich eben jede Woche erneuert. So, jetzt gehen wir mal rein in den Raid. Ich werde mal ein bisschen durchskippen. Gerade am Anfang seht ihr rechts Belohnungsstufe 0 von 4. Im ersten Bereich müsst ihr auf Stufe 2 von 4 kommen, indem ihr diese Monster-Killty rechts oben auf der Minimap so ein Symbol haben. Wenn ihr bei 2 von 4 seid, könnt ihr aber dann schon weitergehen und durch die Tür. Das wird auch nicht so wirklich erklärt. Wir haben am Anfang gedacht, so, hey, ich muss jetzt auf 4 von 4 kommen, bevor ich durch die Tür gehe. Ihr seht die Tür hier auf der Minimap. Nein, ihr müsst auf 2 von 4 kommen und dann könnt ihr schon weitergehen. Weil dann erst im nächsten Bereich wieder solche Monster auftauchen und dann könnt ihr auf 4 von 4 kommen. Aber hier, ihr seht es, jetzt haben wir den letzten gefunden, jetzt immer bei 2 von 4. Und jetzt können wir weitergehen durch die Tür. Wie sieht es dann aus? In der Tür gibt es hier diese zwei Barrieren und da könnt ihr dann eben nur durch, wenn ihr mehr als ein Spieler seid. Man kann auch seinen Teammitgliedern ein bisschen streichig spielen hier, so wie ich das gerade gemacht habe. Und dann einer rechts, einer links oder zwei rechts und zwei links. Und das läuft so, dass man hier in diesen Räumen, da gibt es jeweils einen Raum, wo so ein Monster rauskommt. Und das droppt einen Schutzstein und mit dem, wenn ihr das hier in diesen Sockel packt, öffnet sich die Barriere. Das müssen aber beide machen, also rechts und links. Ich habe jetzt die Barriere geöffnet, aber jetzt kann ich erstmal nichts machen, weil die rechts noch nicht das geöffnet haben. Und die müssen quasi für mich hier die Barriere dann öffnen. Und ich renne jetzt hier ein bisschen wild rum. Aber da passiert, wie gesagt, erstmal nichts, bis die rechts dann die Barriere für mich geöffnet haben. Dann geht es weiter, dann macht ihr das Ganze nochmal und dann könnt ihr in den nächsten Bereich. Ich gehe mal einen Schritt vor. Im nächsten Bereich, da ist hier so ein Wegpunkt. Und dort, ihr seht es jetzt gerade eben noch links oben in der Ecke, da ist noch so ein Stein auf dem Boden. Und die müsst ihr immer einsammeln. Hier kommen immer Monster um den Wegpunkt herum. Die droppen diese Steine, die müsst ihr einfach, da müsst ihr drüber laufen. Und danach müsst ihr euch auf diesen Wegpunkt hier draufstellen, eine Sekunde. Und dann werden die abgegeben. Und wenn ihr sechs solche Dinger gefunden habt, hier so sehen die aus, dann wird das Tor aktiviert. Und dann müsst ihr da durch, Teleporter aktivieren und in die Mitte stellen. Das können aber immer nur zwei gleichzeitig, also müsst ihr das dann zweimal am Stück aktivieren. Dann seid ihr hier im nächsten Bereich. Und hier müsst ihr unten in eurer Buff-Leiste gucken, da läuft so eine Zahl hoch. Da ist so ein rotes Symbol und da läuft eine Zahl hoch. Und wenn die 100 erreicht, sind alle tot. Der ganze Rate ist dann tot. Und das ist natürlich nicht so gut. Deswegen müsst ihr dann solche Schreine erreichen. Die kommen hier in regelmäßigen Abständen und die haben auch ein Symbol auf der Karte. Und das wird auch manchmal ziemlich knapp. Ihr seht bei mir, die Zahl, die ist jetzt schon bei 60 und bei 100 sind alle tot. Dann geht es wieder von vorn los. Zumindest immer der Bereich geht von vorn los, nicht der gesamte Rate. Und hier sehen wir so einen Schrein. Jetzt stelle ich mich da rein und dann ist die Zahl wieder bei 0. Und jetzt haben wir wieder hier so einen Wegpunkt und da muss ich wieder Monster töten, die drumherum auftauchen. Das dauert aber manchmal relativ lang, aber ihr müsst trotzdem hier einfach warten an dem Wegpunkt, bis diese Monster auftauchen. Die droppen dann wieder solche Seelensteine oder wie die heißen und die bringt ihr dann wieder in die Mitte zu dem Wegpunkt. Und ihr seht, wie lange das dauert. Hier ist so ein Vieh in die Mitte stellen. Bumm, eins aktiviert und das sind insgesamt, ich glaube, wieder sechs solcher Steine. Dann wird der Wegpunkt aktiviert und dann könnt ihr durch das Portal durch. Dann durch das Portal einmal durchgegangen, sieht es so aus. Das ist jetzt hier der zweite Bereich. Also hier kommt erstmal wieder so ein Filler-Part. Also ihr müsst jetzt hier wieder einfach nur diese Elite-Monster finden, um auf vier von vier Belohnungsstufe zu kommen. Nichts Besonderes, aber danach kommt ihr schon zum ersten Bosskampf. Und also der erste Flügel, der Raid hat ja drei Flügel und dieser Boss ist der erste Boss vom ersten Flügel. Und der ist, fand ich jetzt zumindest, der komplizierteste Boss. Es ist also so, ihr müsst euch hier in der Gruppe aufteilen gleich. Also der Kampf geht los. Hier spawnen wieder am Rand solche Monster, die wieder solche Steine fallen lassen. Diese Steine müsst ihr wieder in die Mitte bringen, wie in diesem gesamten Flügel schon die ganze Zeit. Und wenn der Flügel, der Wegpunkt in der Mitte, dieses Portal, wenn das voll ist, sollte ein Spieler oder zwei sich in die Mitte stellen und da durchgehen. Das ist ein Teleport, der führt euch dann in eine andere Welt. Aber aus meiner Sicht reicht es, wenn ein starker Spieler durchgeht. Denn in der anderen Welt, ich sage jetzt mal unten, wenn man unten ist, das ist leichter als hier oben zu bleiben. Und wenn hier oben die Leute tot sind, dann sterben auch die, die unten sind. Das heißt, man schickt einfach einen rüber aus meiner Sicht, der ein bisschen stärker ist. Der macht das da drüben alleine. Oder ihr schickt zwei Schwache rüber. Also es ist schon wichtig, dass die, die hier oben bleiben, die stärksten sind, damit die eben überleben. Und wenn der unten, ich zeige auch gleich, wie das unten aussieht, wenn der unten euch das Signal gibt, dass er fertig ist, da muss man also tatsächlich kommunizieren, dann könnt ihr den wieder hochholen. Der kann aber nicht von alleine hier wieder hochkommen, indem ihr wieder dieses Portal in der Mitte aktiviert. Und das läuft so ab wie immer. Ihr holt diese sechs Steine, die von den Monstern hier fallen gelassen werden, springt die in die Mitte. Und wenn der das Signal gibt, dann stellt sich einer von euch in die Mitte kurz und aktiviert dieses Portal. Und dann muss der auf der anderen Seite auch in die Mitte und kommt wieder zu euch. Und ich zeige auch gleich, wie das auf der anderen Seite aussieht. Dann habt ihr beide Perspektiven gesehen. Und das ist hier auch nochmal was relativ Wichtiges. Ihr seht, mein Spieler hat gerade so einen Kreis um sich. Zack. Und ihr könnt dann mit diesem Kreis, das ist quasi eine Warnung, das gleich neben euch was explodiert. Und ihr könnt dann an den Rand laufen. Denn diese roten, riesigen Blutpfützen, nenne ich sie jetzt mal, entstehen dann dort, wo du gerade bist, wenn der Kreis quasi ein paar Sekunden auf dir drauf ist. Und die bleiben aber für immer dort. Und das wäre jetzt nicht so cool, wenn ihr die in der Mitte, dort, wo ihr euch am meisten aufhaltet, die ganze Zeit platziert. Also wäre es gut, wenn ihr die Dinger einfach an den Rand platziert, damit euch das nicht dann irgendwann zum Verhängnis wird. Und die sind sehr schmerzhaft. Also die töten euch auch, wenn ihr da durchlauft, ziemlich flott. So, wir warten jetzt einfach auf das Signal von unserem Mitspieler. Jetzt haben wir es bekommen. Jetzt haben wir das in der Mitte aktiviert. Und zack, ist er wieder zurückgekommen. Man sieht es jetzt hier rechts oben auf der Minimap, wenn man da mal hinschaut. Der hat nämlich auch gerade diesen Stein mitgebracht, den man braucht. Und ihr seht ja auf der Minimap auch, wo er den hinbringen muss. Und zwar ganz nach oben an den Rand. Wenn er den da hingebracht hat, dann geht es weiter. Und zwar zack, jetzt hat er den da hingebracht. Und jetzt können wir den Boss erstmal wieder bekämpfen und ihm Schaden zu fügen. Und jetzt geht derselbe Prozess nochmal von vorne los. Und jetzt werde ich der sein, der runter geht. Dann könnt ihr das mal sehen. Also hier liegen wieder die Steine auf dem Boden. Ich nehme die wieder auf. Das war übrigens ein Stream-Mitschnitt. Deswegen ist links oben jetzt ein Sub-Alert am Start. Also Sofa-Camper hat in dem Moment gerade zwei Subs hier verschenkt für das Pferd. Dass man mit Subs bekommt. So und jetzt habe ich den letzten Stein. Ich aktiviere das Tor und jetzt gehe ich durch. So. Meine zwei Kameraden bleiben oben. Und jetzt habe ich sogar diesen roten Kreis. Seht ihr, dass ich leuchte gerade. Ich habe den sogar jetzt hier mit runtergenommen. Und habe das voll verpeilt. Den hätte ich jetzt auch hier unten theoretisch an den Rand positionieren können. Denn das, was ich jetzt mache, ist richtig dumm. Denn ich habe den immer noch bei mir, den roten Kreis. Und platziere den genau in der Mitte. Und jetzt liegt dieser Stein, den ich holen muss, genau in der Mitte von dem roten Kreis. Das ist natürlich nicht so praktisch. Denn wenn ihr nicht so viel AP habt oder so, dann tötet er euch sofort. So. Ich muss jetzt hier zwei Schutzsteine aufnehmen und zum Sockel bringen. Das war Nummer eins. Jetzt muss ich den in der roten Pfütze da irgendwie rausholen. Aber ich habe mal so meinen Zeh reingesteckt. Aber er ist reingestreckt und es hat funktioniert. Ich habe nicht so viel Schaden bekommen. Und dann spawnt noch ein weiteres Monster, wenn ich beide zurückgebracht habe. Dieses Monster lässt die Seelen-Essenz fallen. Und jetzt sage ich meinen Leuten Bescheid. Jo, ich will wieder hoch. Beam mich hoch, Scotty. Und dann müsste gleich in der Mitte dieser Teleporter leuchten. Und dann gehe ich da rein. Mal schauen, wie lange die brauchen. Tick, tack. Tick, tack. Die brauchen ganz schön lang, ne? Jetzt leuchtet er. Und dann kann ich wieder hoch. Und jetzt muss ich den Seelenstein da in diesen Apparat reinpacken, der genau neben mir ist. Und dann können wir den Boss töten. Und dann ist der erste Flügel geschafft. Ich habe aber den noch nicht reingepackt. So, jetzt habe ich ihn reingepackt. Und jetzt geht der Boss down. Gorshak, zack, tot ist er. Es gibt ein bisschen Loot. Und jetzt geht es in den zweiten Flügel. Der ist genau wie der erste, erster mit solchen Filler-Parts. Also ihr müsst hier wieder die Belohnungsstufe auf 2 von 4 bringen. Wir waren hier zu blöd. Und haben den nur auf 1 von 4 gebracht. Und sind dann weiter. Das ist aber erst im dritten Flügel so. Also im dritten Flügel gibt es 4 Parts, wo man jeweils 1 von 4 erreichen muss. Im zweiten Flügel muss man aber immer noch 2 von 4 jeweils erreichen in 2 verschiedenen Parts. Dann gibt es hier so ein Portal. Dann muss man sich rechts und links auf die Plattform stellen. Und wir sind wieder ein bisschen zu blöd dafür. Also einer rechts, einer links wäre eigentlich das Optimum. Aber ihr seht es, wie blöd wir uns anstellen. Dann geht die Barriere weg. Man kann durch. Wunderbar. Dann geht es weiter. Ich glaube, dann kommt gleich so ein erstes Zwischen-Event. Und zwar, was haben wir da feines? Ja, das ist jetzt hier das erste Event. Und da muss man in alle 4 Ecken erstmal von dem Raum. Das sind ja wieder solche, also die müssen sich hier ein bisschen füllen. Man muss erstmal da stehen bleiben und Monster töten. Aber dann muss man in alle 4 Bereiche dieses Zimmers auch hier wieder so einen Wächter töten. Der droppt in der Regel irgendwas oder lässt eine Barriere fallen. Und dann muss man, wenn man in allen 4 Ecken war, dann hier, also hier sieht man auch diese Barrieren. Die werden quasi dann gelöst, wenn man in allen Ecken war. Und wenn die sich gelöst haben, die Barrieren, geht man da einmal durch. Kommt zu einem Portal. Das ist das hier. In dem Portal, wenn man da einmal durchgegangen ist, gibt es ein Monster, was einen Stein fallen lässt. Und dieser Stein muss wieder zurückgebracht werden. Also es ist relativ simpel hier alles. Da ist der Siegelstein. Den muss ich jetzt wieder durchs Portal zurückbringen. Dann wird das Siegel gelöst. Also das ist jetzt hier, fand ich, ja, ist relativ langweilig hier dieser zweite Flügel. Also der erste, den fand ich ganz cool. Und den dritten, den hier fand ich ein bisschen langweilig, weil man da immer wieder nur diese Steine holen muss. Das war jetzt von der Mechanik irgendwie nicht ganz so anspruchsvoll. Aber, ja, ihr seht, Siegel zurückgebracht und weiter geht's. Das passiert dann hier ganz, also die Mechaniken wiederholen sich dann innerhalb des Flügels immer wieder. Hier muss man jetzt sich wieder auf die Knöpfe stellen. Dann geht's wieder weiter. Und dann kommt irgendwann das erste große Boss-Event. So, ich spring mal ein bisschen vor hier. Was haben wir hier? Das ist der erste Zwischenboss. Okay, genau, das ist der Zwischenboss und im zweiten Flügel. Und der kann tatsächlich, wenn man einfach so viel Schaden wie möglich macht von vornherein, dann stirbt er sofort und überspringt die ganzen Phasen, die der hat. Wir machen jetzt absichtlich wenig Schaden, damit wir uns die eine Phase, die der hat, mal angucken können. Und zwar lässt er hier so ein Labyrinth auftauchen, was eigentlich voll cool ist. Und man muss dann durch das Labyrinth und unter so eine Kuppel, also so eine Barriere, damit man nicht stirbt. Ich bin für meine Barriere zu blöd und renne schnell zu der Barriere von meinem Kollegen Seilek hier. Grüße gehen raus, dann ist man geschützt. Und dann geht's weiter. Und das war's aber auch schon mit dem Boss. Also der ist nicht so ereignisreich. Ereignisreich, deswegen skippe ich mal weiter. Dann gibt's hier wieder die Filler-Parts zwischendurch. Und ich gehe mal weiter, dann kommt jetzt hier der finale Boss vom zweiten Flügel. Das ist er, Lorzul. Und bei dem ist es jetzt auch erstmal wieder so, man muss hier in diese Eckräume, man muss wieder Steine finden, man muss die wieder in die Mitte bringen. Nur werden es gleich einfach noch ein paar mehr Steine, also wenn man den dann einmal hier ein bisschen angegriffen hat, muss man jetzt hier in dem Bereich außerhalb von ihm immer wieder diese Barrieren-Monster finden, die irgendwo eine Barriere lösen. Also ihr solltet euch hier trennen. Jeder durch eine andere Tür. Jeder muss einmal so ein Barriere-Monster töten, damit es bei wem anders die Barriere löst. Und dann hier den Schutzstein mitnehmen und in die Mitte bringen. Das ist die erste Phase und dasselbe muss man dann nochmal machen mit insgesamt, ich glaube mit ein paar mehr Schutzsteinen noch. Aber es ist immer dasselbe Prinzip. Man muss hier alles absuchen nach den Barriere-Monstern, töten und dann lösen sich die Barrieren und dann nimmt man die Schutzsteine. Also der Kampf, der ist wirklich simpel. Man muss die Dinger einfach finden. Und meistens übersieht man einen und läuft dann wild im Kreis rum. Das mussten wir hier auch. Also wir mussten immer wieder los und suchen. Ah, hier ist der letzte, der Barrierenwächter, da haben wir mal einen gesehen. Jetzt löst sich irgendwo die Barriere. Genau von meiner Nase, die hat sich gelöst. Und dann kann ich hier den Schutzstein mitnehmen. Also das ist aus meiner Sicht jetzt hier ein Kampf, der nicht so ereignisreich ist. Deswegen gehe ich mal ein bisschen vor. Und dann am Ende, wenn wir alle gefunden haben, ist er tot. So, das ist jetzt hier schon der dritte Flügel. Da war am Anfang wieder ein Filler-Part. Den habe ich jetzt übersprungen. Wir sind bei zwei von vier Belohnungsstufen. Und der Flügel ist wieder ganz geil. Da gibt es nämlich wieder eine neue Mechanik. Und zwar seht ihr hier, dass hier diese Kugeln verschossen werden. Die so eine schöne, gerade große Linie nach vorne fliegen. Und man muss hier solche Zaubersteine aufnehmen. Wir haben uns hier auch ein bisschen doof angestellt. Also einer von uns dreien hat gerade schon den Zauberstein. Hat es aber jetzt geschafft. Und zwar muss man dann diese Kugeln auf die Bosse zurückschießen. Also sobald man den Zauberstein hat, ich werde ihn auch gleich mal haben, dann kann ich kurz pausieren. Werden alle eure Fähigkeiten ersetzt durch die eine Fähigkeit, die den Zauberstein auslöst. Und ihr könnt ihn nur einmal benutzen. Wenn ihr die verschwendet, dann ist der Zauberstein erstmal weg. So, hier liegt er, der Gegenzauberstein. Und jetzt seht ihr meine Fähigkeiten unten. Jetzt sind die alle ersetzt. Würde ich jetzt einen dieser Knöpfe drücken unten, dann wird der aufgebraucht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich warten, bis das Monster hier diese Kugel verschießt. Und dann muss ich mit der Fähigkeit, jetzt kommt sie. Diese Kugel meine ich, die fliegt jetzt hier. Ich stelle mich jetzt vor die Kugel, laufe auf sie zu und drücke dann die Fähigkeit. Und zwar, bumm, jetzt schieße ich die zurück. Und jetzt muss man durch das Portal, was sich da öffnet, mit dem Boss zusammen und kann ihn hier drüben auf der anderen Seite töten. Und das Ganze muss man dann auch mal mit dem zweiten Boss machen. Hier sind ja zwei Bosse. Also jetzt müssen wir wieder auf den Gegenzauberstein warten. Da liegt er. Dann warte ich wieder auf die Kugel von dem Boss. Das kann manchmal auch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit muss man hier versuchen zu überleben und den ganzen Mechaniken ausweichen. Und die machen auch wirklich Schaden. Also auch wenn ihr sehr stark seid. Das Zeug, was hier alles immer so am Start ist, das macht wirklich Schaden. Zack, habe ich die Kugel zurückgeschossen. Wir sind auch regelmäßig hier gestorben. Zum Glück sind wir nie alle gleichzeitig gestorben. Wir konnten uns immer wieder beleben. Und deswegen ging der Raider immer weiter. Aber wir sind tatsächlich regelmäßig hier immer mal gestorben. Also einer aus der Gruppe oder auch mal sogar zwei sind mal gleichzeitig gestorben. So, das war der Zwischenboss. Und jetzt kommt auch schon nach dem nächsten Fillerbereich der Endboss. Also der letzte Flügel geht relativ flott. Aber der letzte Boss dauert mit am längsten. Also der aus dem ersten Flügel dauert recht lang. Und der hier dauert auch recht lang. Ich glaube, der hier dauert aber noch länger. Weil man hier relativ viele Events machen muss. Einmal gehen wir wieder durchs Portal zum Boss. Und bringen ihn in die Phase, wo er keinen Schaden mehr bekommt. Muss dann hier nach oben laufen und sich wieder auf die Plattform stellen. Damit man dann wieder zurückkommt. Da links oben öffnet sich jetzt das Portal. Da müssen wir rein. Dann kommen wir wieder zurück. So, dann geht es weiter. Erstmal wieder ein paar Monster am Start, die man töten muss. Ich gehe mal einen Schritt nach vorne. Die Monster sind irgendwann tot. Und dann wird man verflucht. Und zwar jetzt. Ich habe ein Symbol über dem Kopf. Und man muss erstmal diese vier Events hier in der Ecke machen. Also hier, habt ihr gesehen, sind ja solche, wie nennt man die Dinger. Diese Statue hier, die füllt sich. Man muss sich wieder neben diese Dinger stellen und Monster töten, bis die sich gefüllt hat. Auf der Minimap sieht man ja den Balken. Und jeder muss einfach das Symbol finden, was er über dem Kopf hat. Damit der Fluch weg ist. Wenn dieser Balken rechts oben sich füllt, seid ihr alle tot. Also ihr müsst rechtzeitig dieses Siegel von eurem Kopf runterbekommen. Und das heißt, ihr müsst diese Statue auswählen, die eben das Siegel hat, was ihr gerade über dem Kopf habt. Ihr seht, hier ist das Ziegen-Symbol rechts oben. Links unten ist so ein Auge. Und einer von uns hat noch nicht das Siegel ausgewählt, was zu ihm gehört. Deswegen hat es hier ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir es aber alle gefunden. Und dann geht der Kampf gegen den Boss weiter. Der droppt auch gleich wieder solche Gegenzaubersteine. Das, was wir schon kennen, die Mechanik. Ihr seht jetzt auch, dass hier wieder diese Kugeln verschossen werden. Und mit den Gegenzaubersteinen, da ist einer. Muss ich dann jetzt gleich wieder so eine Kugel zurückschießen. Und zwar, bumm, jetzt. Dann geht der wieder auf den Boden und es öffnet sich ein Portal. Und wir müssen gleich da wieder durch, damit wir eben Schaden zufügen können in dem anderen Bereich. Und hier können wir aber auch alle gleichzeitig durch. Also hier muss nicht einer zu Hause bleiben, sondern alle können gleichzeitig durch. Und dann kann man eben Schaden zufügen. Und dann wird er wieder unsterblich. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Also der ganze Prozess von eben, der wiederholt sich jetzt nochmal. Also da kommen gleich wieder die Siegeltürme. Und dann muss man wieder sein Symbol finden. Und hier ist was passiert bei uns. Wir sind nämlich zu blöd gewesen. Also ich bin jetzt erstmal zu blöd und bin gestorben. Da sieht man auch nochmal, dass man sterben kann. Passiert. Zwei von uns sind sogar gerade tot. Und Silek muss uns gerade wieder beleben. Und wir sind jetzt aber, ich glaube das kommt jetzt, wir sind zu blöd, um mit dem Portal zurückzureisen. Hier ist das Portal. Aus irgendeinem Grund laufe ich da jetzt nicht rein. Fragt mich nicht warum. Ich bin nicht reingelaufen. Und wir beide sind jetzt auf einmal alleine hier noch übrig. Und hier passiert nichts mehr. Das ist aber nicht schlimm. Denn hier tauchen dann irgendwann mal wieder Monster auf, die so ein neues Portal erzeugen. Also unser einer Spieler, der durch ist, ist nämlich inzwischen tot. Der liegt da jetzt gerade alleine irgendwo auf dem Boden rum und ist tot. Und jetzt haben wir hier das Monster. Das Teleportationswächter-Monster hieß das. Und dann gibt es nochmal ein neues Portal und da sehen wir, warum er gestorben ist. Hier war alles voll mit Monstern und wir können ihn jetzt wieder beleben. Also die Welt geht hier nicht unter, falls ihr dann übrig bleibt auf der anderen Seite. Ihr müsst nur geduldig sein. Und jetzt beginnt einfach nochmal diese Phase von vorne mit den vier Türmen in der Ecke, wo ihr euer Symbol finden müsst. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr. Ja, doch. Jetzt kommen hier, ihr seht es rechts oben, diese vier Türme auf der Minimap. Die wieder sich jetzt füllen mit dem Balken. Also da müsst ihr jetzt einmal durch. Ich habe jetzt hier den Part mal übersprungen. Dann müssen wir wieder einmal diesen Gegenzauberstein nutzen. Also die Phasen sind komplett, die wiederholen sich komplett. Den Ball zurückschießen. Er hat ja nur noch ein Drittel Leben. Und wenn wir drüben sind, dann war es das für ihn. Ich zeige jetzt trotzdem noch kurz das letzte Drittel hier. Dann seht ihr nochmal diese schöne Sterbeanimation. Das ist nämlich sehr, sehr cool, wie der gleich stirbt. Ich finde ihn generell auch cool designt. Und zwar jetzt. Er versinkt jetzt so schön im Boden. Das ist voll cool. Seine Flügel sind weg. Und jetzt versinkt er im Boden und sein Kopf bleibt am Ende liegen. Das fand ich mega cool. Okay. Und dann habt ihr es geschafft. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr, nachdem ihr den Raid das erste Mal geschafft habt, euer Quest abgebt. Denn dort bekommt ihr dann nochmal ein Pferd als Belohnung. Aber eben nicht das Pferd, was wir in dem Campfire gesehen haben. Also es gibt mehrere Pferde. Und jede Woche wird dann ein neues Quest kommen. Also auch jetzt, wenn ihr das Quest abgeschlossen habt, steht dann schon das Quest für nächste Woche da. Da steht dann, kehrt wieder oder so. Nächste Woche schließt ihr es erneut ab. Und dann wird es die nächsten coolen Belohnungen geben. Also da gibt es auch einen Händler in der Ziladelle. Bei dem könnt ihr Münzen einlösen für Cosmetics. Aber das sind nicht die, die wir gesehen haben im Campfire. Also die coolsten Cosmetics, die werden dann höchstwahrscheinlich noch kommen, wenn man die Quests in den nächsten Wochen abschließt und den Raid dann regelmäßig absolviert. So, das war's. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verworren, das Video. Ich wollte einfach kurz chronologisch mal den Raid durchgehen, damit ihr mal kurz alles gesehen habt. Also wenn man einmal weiß, was man machen muss, dann ist das simpel. Ich finde es insgesamt ganz cool. Der erste Boss, der ist cool. Und der dritte auch. Den zweiten Flügel fand ich ein bisschen langweilig, wo man immer nur Steine sammeln muss. Aber ich würde mir auf jeden Fall da schon wünschen, dass da noch ein paar coole Mechaniken reinkommen in so einen Raid. Also da das alles nur mit kosmetischen Belohnungen ist, keiner muss das wie gesagt machen. Da droppen natürlich ein paar Items, aber die kriegt ihr woanders deutlich schneller als im Raid. Ist also überhaupt nicht schlimm, wenn man den nicht macht. Und ich würde mir wünschen, dass da einfach weiter noch ein paar coole, kreative Raid-Mechaniken mit drin vorkommen. Denn diese Fußball-Mechanik, wo man den Ball zurückschießen muss, die fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wir hatten gestern generell in der Gruppe richtig viel Spaß beim Raiden. Und ich wünsche euch auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gewappnet. Macht's gut.